Musik Kaufta bietet im Prinzip Verbrauchern bequem und jeden Tag aktuell Informationen rund ums lokale Einkaufen. Also mit einem Klick bekommt man Angebote, Prospekte, aber auch Öffnungszeiten und das von den Einzelhandeln in der eigenen Stadt, in der eigenen Umgebung. Für den Einzelhandel ist im Prinzip der Vorteil, dass man so ein Netzwerk von Millionen von Nutzern zielgerichtet erreicht und damit auch den Umsatz in den Filialen vor Ort steigert. Man benimmt sich das Nokia Lumia, öffnet die Kaufta Navigator App und auf Wunsch des Nutzers wird man automatisch lokalisiert. Man erhält also genau die nächstgelegenen Filialen, man sieht die Angebote, die in der Umgebung sind und kann sich dann informieren. Für uns war es sehr spannend und auch sehr herausfordernd für Windows Phone neu zu designen, weil es sich um ein komplett neues UI handelt. Es ist sehr modern, es ist sehr zeitgenössisch, es ist sehr auf Daten fokussiert und verzichtet auf überflüssige Elemente, die der Funktionalität nicht beitragen. Und daran haben wir uns orientiert, an den Metro Design Vorgaben. Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, unsere eigene Brand Experience mit der Windows Phone Brand Experience zu verknüpfen. Mit der Marktentführung von der Nokia Lumia Reihe hat Nokia im Prinzip nochmal einen komplett neuen Schwung in den Markt gebracht. Die allgegenwärtigen typischen Smartphones ähneln einander sehr. Und mit Windows Phone liegt auch ein Betriebssystem zugrunde mit sehr viel Potenzial. Wir erwarten von dieser vielversprechenden Plattform mit Nokia in Kombination mit Windows Phone ein starkes Wachstum. Es ist ein sehr wegweisender Schritt, den Nokia gegangen ist. Wir wollen genauso mit unserer App weiterhin innovative Releases machen und Updates, die den Nutzer helfen, im Prinzip die lokalen Angebote zu finden. Mit Kaufta ist es super leicht, meine Einkäufe zu organisieren. Heute zum Beispiel gehe ich auf eine Party und brauche zwei Wellnessgetränke. Also gebe ich ein Carpe Diem und lasse mir das nächstliegende Geschäft anzeigen und den Weg direkt dorthin. Während ich früher immer in den Prospekten schauen musste, kann ich mir jetzt einfach anzeigen lassen, welche Angebote es in meiner direkten Umgebung gibt. Und dann laufe ich jetzt und den Weg lasse ich mir anzeigen. Musik 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 Vielen Dank.